Das ist sehr entspannt. Das ist der... Das ist der Geist. Das ist das Geist. Das Geist. Das ist der Victory-Channel, äh, Jingle. Victory? Achso, ja, stimmt. Ja, dann würde ich sagen... Die Musik ist doch bestimmt irgendwie Gamer berechtigt, dass die dann... ...geclaimt wird. Hört auf damit! Spielt sowas nicht! Wo kommen wir hier raus? Äh, wieder durch den... Seer? Ach ja, will keiner durch den Seer. Wo ist denn der Seer? Links? Ich glaube von da. Irgendwo da hinter dem Hügel. Oder da unten drinnen, in der Grube? Ne. Ah, da. Da ist er, ja. Ah, guck mal. Okay, also ich habe das Haus viel schlimmer in Erinnerung, muss ich sagen. Ah! Es war... Jetzt... Ich sag mal so, es klingt jetzt immer noch nicht anders als vorher. Wir sind immer noch verrückt. Passt. Ja. Also weniger Stimmen sind es jedenfalls nicht geworden. Ne. Ich renne wohl in den Sackgatz, aber aus der Schnur gerade. Ähm. Da müssen wir jetzt eigentlich wieder... ...bistangen. Ja, in die Diese. In die Diese. Ich weiß nicht, wo die war. Okay, da mal raus. Ja, ja. Überirdisch finden wir uns, glaube ich, besser zurecht. Ah, da ist sie ja. Ah! Perfekt. Da ist sie. Da ist sie. Die Diese. 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 Ach, muss ich wieder Musik rausschneiden? Oh no no. Du! Leute! Oh, was bist du für eine? Sie ist aber ganz schön polygonisch im Gesicht aus. Also, oder? Im Vergleich zu allen anderen? Ja, das stimmt. Die hat doch was machen lassen im Gesicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine, guck mal, die sehen alle so definiert aus. Und die hat echt... Ach, du grüne Neune. Ja, die ist halt, äh... Bisschen günstiger. Achso, müssen wir nochmal nuckeln vielleicht? Von den... Leistungsanforderungen. Ähm, Mami, hier, du gehst ein bisschen mehr Zucker. Wie brech ich nochmal ab? Äh, mit F. Ziehst du raus. Heißt, na. Ja, trau ich mich nicht. Zu lange und auf einmal, ups. Yes. Miss me. Nami, Lunchtime. Hat hier hinten ja ein gespotteter. Eins. 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 Hier. Noch eins. Oh, da wolltest du es aber wissen. Wieso? Eben hast du mich ausgedacht, weil ich zu schnell war. Ja, oder was? Ja, ich lach immer. Okay. Ich bin der lachende Marco. Nein. Hallo. Oh Gott. Warum wird die Musik immer lauter? Je öfter du auf die Eins drückst, ist sie lauter. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja. 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 Achso. Stimmt Ich suche nicht, dass du dein Herz verhörst. Geh diese kleine Offenheit. Du hast die Wälder von mir geholfen. Hör auf das Wissen, das du mir nichts bedeutet. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir ihr es jetzt geben? Wir wollen hier die Schwester aussehen, oder nicht? Tja. Keine Ahnung. I don't know. Ja, ich weiß es auch nicht. Sie oder Schwester? Oder Schwester? Was sagt dir dein Herz? Oh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie eure Schwester aussieht. Was denn? Was denn? Spilling-Schwester? Ja, keine Ahnung. Hold on the knowledge. Ich weiß es nicht. Wollen wir drei? Also wollen wir es ihrer Schwester geben, oder ihr? Kriegen wir es Ärger, wenn ich das Falsche drücke? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß es Hauptquest. Ja. Ich mach mal die drei, oder? Okay. Oder? Ja, mach mal. Sie ist immer belittling mir. Sie ist die smarte, sie ist die favorite. Sie ist die successfule. Sie ist nicht fair. Ich bin nicht ein fool. Das Club's success ist nur so viel mein doing, als es ist hers. Ich frage mich nur, warum sie das auch jetzt so unbedingt haben will. Wer weiß, weil ihre Schwester es nicht haben soll. The pathetic wobblings fall on undead ears. My heart is open, but your hand will not contain your desire. In vier ganz gut. Do you understand what it's like to have your own flesh and blood ripping you apart on a daily basis for two lifetimes? Kannst du... Nee, das versteht nur Nozzy. Was? Ich dachte gerade Mikeys. Also ja, aber ich meine wegen so auseinandergerissen und so weiter. Genau, wegen auseinandergerissen und so. Ja, aber wir sind ja nur zwiegespalten. Wir sind nicht zerrissen. Spektakulärer Tantrum. Der Kind bekommt das Spiel. Nein. Ich kann nichts mehr davon nehmen. Akzept das und stopp dein Wurzeln. Ja, jetzt kannst du nicht mehr einbrechen. Nö. Verabschuldigung, white daughter. Aber das ist für die anderen nur. Deine Sister und niemand anderen, Harlot. Wartei, oder? Ja. Okay, du hältst es an. Okay. Since you are so willing to brave that big spooky place for my darling sister, how about doing a teensy tiny favor for little troubled me? What deed do you purpose? The girlish charade annoys me. Speak through. I do nothing more for the daughter of Janus. What deed could I do to amuse the rainy day child? Oh, keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Wollen wir noch was für sie machen oder nicht? Hör mal, what deed? What deed? Watt, did you know Gallery Noir down the street? I happen to know, there is a charity event being organized there. Lots of influential Santa Monica slithering in for token appearances. But there is one thing they don't know. Ach so. The whole event has been set up by a kindred trying to establish their own powerclicks in our city. And we can't let that happen, can we? So I need some brilliant young upstart to spoil the milk. Da war ja die, die, äh, Statue in der Wand. Hm. Ähm. What did Stardley deed for this shattered mind? For you, I would face the flame at noontime. With the worm I need to see... What? Keiner von so deinen Wurm. Ich mach die zwei, einfach weil wir es können. Zeig mir deinen Wurm. I promise this won't take long. Take this knife. Give the paintings in the gallery a good slashing. Don't get caught. And don't turn it into a massacre. And steal the charity box, would you? Buy yourself something velvet. Velvet? Aha. Irgendwas auch sanft. 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 Slashing is now my existence. You free... Was? You free the worm after the slashings? You free the worm after the slashings? I will not destroy the brainchild of another. Well farewell. Ja, ist mir ganz egal. Ach, zwei, oder? You free the worm after the slashings? I'm sure, Therese will be thrilled to honor your agreement when you get back. But in the meantime, get to the museum and ruin those paintings. Then pay me a visit. I want to hear all about it. Hurry up. I can only amuse myself for so long. Mit einem Wurm, oder was? Ja, ja. Weiß noch nicht, was ihr unter ihrem Rock da hat. No canvas will escape my blade. I will think of you only as I slashed these splitterings. We will finish worm businesses when I return. Oh, da hat was geschlackert. Hast du das gesehen? Oh, ja. Der Wurm will raus. Oh Gott. Das hat ziemlich geweht da unter ihrem Rock. Bestimmt etwa angelassen. Oh Gott, du darfst nicht steigen. Du blockierst den Ausgang, Türsteherin. Kommst du denn jetzt raus? Ich will aber raus, nicht rein. So, wo ist die, äh, war die hier? Ne, die war in der anderen Straße, ne? Ah, andere Seite, genau. Ah, sprinten kann man nicht, ne? Nein. Es sei denn, wir wären ein Toreador. Wir können sprinten? Die haben zumindest Geschwindigkeit als Skill. Ach so. Aber, wenn wir jetzt Toreador wären, könnten wir dann auch in die Galerie und, äh. Hey, 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 hold on a minute there. I'm afraid you're committing a 351. That's trespassing on private property. I'm gonna have to ask, that you vacate the premises immediately, or I'm afraid I'll be forced to radio this in. Oh. Come on. Let's have some fun. Oh, why don't you put me in those handcuffs, no? Your mind will shatter on the hollowness of your life. I will stand here all night, speak to your radio. Your blood runs smooth with jelly pastry. Ja, wollen wir böse oder sexuell? Puh, lass mal sexuell. Okay. Hm. Well, Missy, that's just a natural response that people have to someone in my kind of position. The risk, the prestige, the authority. It's a tough job, but somebody's gotta do it. Ja, but shouldn't be sexy. Yes, yes, yes. Those words make me feel a lot. Uh, yeah, you know, you'd be surprised how often I hear that in this line of work. It's a uniform, you know. Women just can't get over the uniform. Oh, yeah. Yeah, let's show me the Wurm. The chocolate stains are like medals of honor. Yeah, cool. I like your chocolate flakes. Well, uh, yeah. Unfortunately, if I continue to engage you in conversation, it's a violation of Code 613. I will be your donut shop. Hmm, whisper your order in my ear. Oh, ich muss gleich abbrechen, oder? Ja, ja, du musst rausziehen. Das ist ganz wichtig. Aber mach ich das gerade in der Öffentlichkeit? Ja. Ist da kein Polizist, der uns irgendwie beobachtet? Weiß ich nicht. Oh, was hat er denn da fallen lassen? Oh, die Schlüssel. Hat jetzt keiner gesehen? Der da hinten, der hinterm Auto, der guckt da noch so rüber. Die haben sich nur geknutscht. Die haben sich in die Köppe gebissen. Das ist völlig in Ordnung. Ach nee, das ist nur ein Code 613. Ach so. Pong. Die hätten auch hier hinter dem einfach rausgekommen. Ha. Ha. Options. Options, options, options. Ich, äh, sehe ich mal eben? Ja, ja. Schade. Die, 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 die Santa Monica. Aber wir haben es doch eh schon geknackt. Du brauchst nicht mal einen Schlüssel. Cha-ching. Hallo. Was wollte ich gerade sagen? Du, was sollst mich hier slashen? Ach so, Toriador könnte das glaube ich gar nicht machen, oder? Was? Der wird sich doch das Herz rausreißen, bevor er hier was zerslasht. Das stimmt. Cain cursed by God. Weg damit. Oh. Aber wir müssen auch Paintings slashen, oder nicht? Oder ist es anklicken? Oder muss ich das mit ihrem Messer machen? Keine Ahnung. Das Messer haben wir denn gekriegt? Wahrscheinlich das Messer. Ah. Botsch. Oh, das zapft dir was ab. What? Vielleicht bist du leer. Botsch. Botsch. Bottisch Botsch. Guck dir die Dinger noch mal an. Cain cursed by God. Cain cursed by God. Ach so, das ist eine Reihenfolge wahrscheinlich. Ach so. Cain meets Lilith. Ich dachte Cain und Abel. Cain slays Abel. Ja, damit fängt es an, oder? Cain spurns Lilith. Ist das so? Der Lilith gespurned? Scheinbar. Richtig weggespurned. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber mit Abel hat es wohl angefangen, oder? Ja. Cain hat Abel getötet. Dann wurde Cain von Gott darauf verbannt. Nee, Quatsch. Ich glaube, direkt darauf verflucht, oder? Ja, und dann hat er Lilith getroffen. Ja, ja, muss er wohl. Und dann hat Lilith gespoilt. Ja. Das bangt. Ah, oh. Da kommt doch was. Muss er wirklich alles kaputt machen? Oh boy. Ah, wir haben ein gutes Katana. Komm her. Ja, komm mal her. Wow. Mach einmal den Skill rein. Den Blood Buff. Ich glaube, dann sind wir besser im Combat. Oh, macht das jetzt mehr Schaden? Weiß ich auch nicht. Aua. Kann ich den Madnessen? Kannst du passieren. Ah, das geht. Ah, super. Bodentexturen von Wut sind super. Oh Gott. Stimmt, ja. Okay, wir sind fast leer. Oh, stimmt. Das ist gelb. Warum ist unser Leben und unser Leben gelb? Ja, ja. Ich glaube, das ist schwer heilbar. Man, der ist doch schon fast dood. Haben wir nochmal kurz. So. Ausweichen. Na, scheiße. Lass ihn gleich. Komm schon. Oh. Yes. Ah, du bist ein guter Buschi. Gut, dass wir so ein gutes Schwert dabei haben. Ja. Das macht den Mangel an Skill wieder wett. So fühle ich mich auch. Jetzt können wir raus, wa? Okay, das ist gar nichts. Kein Update dafür, oder was? Nö. Nö. Gut. Aber ich glaube, wir haben jetzt ja alles. Ich glaube, das war einfach abgeschlossen. Nein, du dürftest noch hier irgendwo Geld rausnehmen. Ach so, ja, aus der Charitybox, wenn du das willst. Okay. Hä, klar. Warum nicht? Dann kauf dir auch ein bisschen Velvet jetzt, bitte. Soll ich mir kein Geld mitnehmen? Das ist ja ein Angebot gewesen. Hä? Irgendwas müssen wir auch für unser... Für unsere... Was? Humanity loss? Für unsere Menschlichkeit. Für was? Warum? Ich weiß nicht, vielleicht für die Charitybox. Seriously? Dafür verliebe ich... Das musst du mir vorher sagen, Marco. Was? Dass du unmenschliche Sachen tust? Ich hab Bilder zerschlagen. Dafür verliere ich keine Humanity, aber weil ich eine verdammte Geldbox mitnehme? Kann ich den nuckeln? Kannst du nur sein. Lovely evening. Lovely... Ich weiß nicht, wie mach ich das? Mit F. Ach so, ach immer. Es geht immer mit F. F ist die... Nuckeltaste. Nuckeltaste, ja. Oh, der hat ordentlich. Ah nee, gar nicht so viel. Nee, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht ordentlich. Der ging einfach nur langsamer und leer, oder? Willst du noch irgendwo einen Pinkler? Hallo? Nee, nicht welche, die alleine pinkeln. Der ist mitten im Licht. Ah, der geht gleich, guck mal. Geht doch, oder? Ja, probier's. Das ist ein alten Maskeradenbruch und alle wollen uns umbringen, aber... Ist das so? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wie es genau war. Ja, es reicht doch. Ist doch wieder gut. PADEMIC! I don't want to correct me, man. Ah, PADEMIC! Bin ich ganz ins Heilum gegangen? Nee, war doch richtig. Das ist so richtig. Doch. Stimmt. Alles gut. Alles aus Versehen richtig, guck mal. Wie immer. Rosem, mach zu. Er fährt schon. Oh. Oh. Oh, da ist die Schwester. Sieht ja genauso aus. You, äh, was? Ei. Äh, about. Äh, ei. Oh, da ist die Schwester. Das war mein Event. Du denkst, ich würde nicht herausfinden? Wait. Shut up. Ich dachte, ich könnte kontrollieren meine Schwester, so lange die Tongue nicht aus der Bildung. Aber nichts hat sich verändert. Ich hätte erwartet, dass du zuhörst auf Jeanette's influence, wie alle anderen. Aber wie darfst du? Ich weiß nicht, was deine Lippen sagen. Don't lie zu mir. Jeanette bereits hat gesagt, sie hat dich gemacht. Es war wahrscheinlich all Tongue's Idee. Ich habe dir die Ghoselie-Bauble und Olden-Words. Oh, yes. The Worm is Wigling. Oh, das ist immer so schmutzig. Oh, of course. Dark Worm. Oh, der Worm. Der Worm. Der Worm. Der Wormwind in sich. Tongue gets word that I threaten Jeanette, which he most certainly already has. It's not likely he'll believe me. So, in order to call off the feud, you're going to have to convince Jeanette to forgive me first. Google Feud. How may... How may... Was... How might this deed be done? I say with the... With she of the greatest power. Command me, Dark Daughter. Ja, commandier mich, komm. Oh, command me. I made some threats against my sister. Idle threats, involving fire and her impious satin sheets. She took them quite seriously and is avoiding me. I want to meet with her and explain that they were set in the heat of the moment. I asked her to meet me at the Surfside Diner to reconcile. But I'm busy with the club and my other endeavors. I'd like you to go to the diner and promise her that I don't plan to take any action against her. Wait for her in the back booth, near the phones. This is more convoluted than my Psyche. I will find her and then we finish this. Roses for her when they should be stones, dear Baron. Okay, eins? I want to see my sister. Yes, I'll call it off once I've spoken with her myself. Just do what I ask. Dann and done. Du bist also die Schwester. Aha. Der so sehr ähnlich. Oh, ich sehe ihn. Wo ist deine Schwester, Schwester? Die eingesperrt? Der durch immer hier ein? Nee, die ist beim Wurmen, glaube ich. Das ist ein Riesenbad. Drei Zahnbürsten für zwei Persönlichkeiten. Nein. Aber die eine hat die Zöpfe und die andere hat lange Haare. Jetzt haben beide Zöpfe. Na gut. Gut, dann raus mit uns, ne? Ja. Nächstes Ziel ist das Deiner. Oh, Lüdinär. Oh, ich bin wie gut ich wieder laufe. Oh, ich bin, das ist geil. Oh, ich bin, das ist geil. Entschuldigung. So. Dann ab zum Deiner. Ist ja gleich gegenüber. Dann muss ich in die, äh, was war es? Äh, Phonebooth? Ja. Irgendwie sowas. Die war... Oh, du. Ach du Kacke. Du kannst sagen. Oh nein! Es sind die Tattoo Bandana Bandits. Tattoo Bandana Bandits. Hey, woher geht's, Mann? Woher geht's? Dein Gehirn muss nicht wissen, oder soll ich den Doughnut-Eaters kommen? Ich weiß nicht, aber auch du. Zwei? Ja, okay. Ich will mal einschüchtern. Ich lasse dich diese Zeit, Mann. Ich lasse dich und bleibe dich dahin. Oh! Events Reward 2. Geil. Dresdlog Updated? Für was? Oh, es sind wenige geworden. Ja, aufgeräumt. Bloody Mass, du hast gebraucht. Also wer wollt immer noch? Maurice hat über die Warehouse erzählt. Ja, ja. Wann wo auf der S? Ja, auf der rechten Seite. Bad Blood. Sie went to the Diner, but... Achso, okay. Das ist alles. Wo ist denn das Klingelding? Da ist das Klingelding. Oh, nein. Oh, nein. Oh, tut mir leid. Wo ist sie jetzt? Was hat sie gesagt? You just called you? Ja, wieder ins Toilum. Achso. Ach, toll. Ach. Ah, ich komm aus dieser Musik nicht mehr raus. Nein, niemals. Never, never, ever, never, ever, ever. Hey, Baby. Need company? Ja, müssen wir unbedingt mal machen, ich weiß. Aber man kennt es ja, man hat hier noch was zu tun. Dann noch mal Blutsaugereien. Dann die Wurm befreien. Es ist alles nicht so leicht. So! Mach mich hoch. Ich will die Stress ansehen. Haben beide denn den Wurm nur noch eine? Äh, das werden wir gleich sehen. Zeig mir den Wurm. Oh, die schießt aufs Bild. What the fuck? You. Ich bin wirklich sorry, dass es diesen Weg endet. Ich bin wirklich. Du warst, aber du hast es verletzt. Du hast es verletzt durch die Schmerz des meiner Schmerz. Und jetzt werde ich sicher, dass sie nie wieder wiederumkriegt. Nicht zu hören. Sie wird uns beide töten. Sie wird uns beide töten. Ich schaube mich und ich werde dich finden, ich versuche. Shut up, Jeanette! Ich habe dich erwähnt, dass du weg von Tung. Er hat dich gegen mich gehalten. Ich habe immer nach dir geschaut. Aber du kannst nicht meine Erfolg. Du hast es meddelt, nicht wahr? Ich wollte es nicht so enden, aber du hast mich geholfen. Ich war nicht so enden, meine Schmerz. Ich war nicht so enden, meine Schmerz. Ich war nicht so enden, meine Schmerz. Ich war nicht so enden, wie du warst mit ihm. Ist es nicht anders als die Art von Türen? Vater? Oh, Therese. Du poor, delütend, dear. Ich hatte Türen, wie er sich verletzt hat. Und er hat dich, wie er... Du sagst nicht ein Wort über Bob. Dein Herz gehört immer noch zu Daddy, nach all diesen Jahren. Ja, Frau? Zumindest lief er mich. Du gehst das zurück, du B****! Du hast mir nie mehr Geld für nichts gegeben, Therese. Ich war derjenige, die Schmerzen zu beantworten. Bertram war auf meinem Lied. Wie fühlt es sich, dass ich dich verletze? Okay, äh, ja. War irgendwie klar. Scheiße. Ich meine, wenn sie eine Malki ist. Auf dem Bild sind noch zwei Mädchen. Ja, das wirft natürlich Fragen auf, ne? Oh, das gab vielleicht eine Schwester, die ist gestorben. Und so hat sie dann hier ihre zweite Persönlichkeit für sich übernommen, weil sie es nicht verkraften konnte. Oh. Wer zumindest ein cooler... cooler Twist ist, ist... What strange fate twists befall us? Darkness? Ivory Princess? Ja gut, aber... From where this hateful Kreml? Guck? Guck! 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 I'm about to rid the night of this deviant, backstabbing whore. Do you realize that despite her condition, she still fornicates with kind, no less? So despicable. So unclean. You're one to talk, dear sister. Or should I say daddy's little girl? Do you want to know just how depraved the Baron of Santa Monica can be? Shut up, Jeanette. You'd love the world to think you're a saint. When you thought I was asleep, I used to hear father come in at night. I heard him whisper how much he loved you in your ear before he... Don't finish that sentence, or you're dead. Do not let her exhume your past, dark mistress. Discontinue, ivory goddess. Oder both sides need to case this conflict. Yes, we're going to take the three, because we're going to do it. Yeah, right. Don't you want to hear what happened? How she became the pillar of the community she is today? Shut up. Just shut up. Yeah. We're going to do it again. 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 You're going to do it again. Don't try and stop me. I've had to overlook her treachery. Her seduction. Relations with my enemies. And the consequences of it. But I won't endure her any longer. Endure me? Dear sister, you've done everything you could to smother me. You love to bury me in your closet, along with all your other skeletons. I'm the good girl. You're the wicked one. You've done nothing but plot against me, when I had our best interests at heart. And despite that, I've always covered up your mistakes. I've taken care of you. And this is how you repay me? Taken care of me? You've done nothing but keep me down. Blame me for every mistake. Did you expect me to let you rule my life until the end of time? No, sister. You've had it coming since our last sunrise. Is that right, dear? If it wasn't for me, you would have never survived this long. Remember? They tried to separate us, but I refused. I chose this life and brought you into it, so that we could stay together. Obviously, you've forgotten. You must both learn, to live in the same skin. She's a control freak. People, things, emotions. If she can't control something, she gets rid of it. And you're a wild animal. You'll rub up against anything that'll take you in for the night. Then, when you're stopped and bored, you bite the hand that fed you. If you could learn, to join hands, think of the strength you command. Exactly, so exactly. I don't think that's possible. How could I ever think to trust her again? Trust me? Who could trust you after what happened with Father Dearest? Father loved me. I was a good girl. I always did what I was told. You always hated that he loved me. You disobeyed him. You brought men home when he wasn't there. You were an awful daughter to him. My lord, dear. The past is a worm. A worm garment. Father came home drunk one day and mistook me for Therese. Because I'd fallen asleep in her bed. Don't listen to her. She's lying. Therese walked in while he was there, and she saw me lying with him. And so she went to the closet and pulled out his hunting shotgun, loaded it with deershot, and blew his mind out all over the silly clown wallpaper. That's a lie. Father killed himself because of Jeannette. She made him miserable. As I recall, he died with a smile on his face. Oh, God, Leute. I don't believe your hollow word, my daughter. A dark deed for the dark daughter not to believe. History's shadow need not fall on you both. Ja, drei. Why? How will this time be any different? Two sides of the same face cannot live apart, cannot you see, live in the same skin. You're crazier than I am. Why are you talking like this? I don't know. Work together and your power will more than double. There's no difference until you both lay smoking. Ja, hört auf zu rauchen. Keine Ahnung. Drei? Werdet stark zusammen. Hmm. Oder eins. Boah, ich weiß es nicht. Ist alles das gleiche fast schon. Ich nehm eins. I'd be better off without her. Have you been paying attention? Oh, yes, Therese. Without me, be free to remake this city in your own image. It'd be the first beachfront morgue. Aber irgendwie so ein grüner Text. So ganz kurz aufgeblitzt. Egal. Ach. Two face can clinch. Two breast rings. Pull the triggers. Go out with a bang. Bodies are symmetrical. Plenty of room for two minds to share your eye. What? Her body was cold before she died. What an awful thought. Do you know the things she does with her body? How vile! What? Mein Leute. Ah, Brass rings. Brass rings. Therese doesn't like to share. Jeanette's irresponsible. She's undependent. A venture like mine requires class and distinction. Which is something a pigtailed face painting harlot does not lend very well. You do have a way with words, sister. You're right. I'm not in the same class, am I? I mean, murderers are so respectful these days. Dark one, let the light carry more of the burden. White mistress, stand not in the way of the dark ones plans. Destroy each other! Daughter of Janus! Mann! Eins. Oder? Nein. Dann schlägst du dich auf eine Seite auf jeden Fall. Äh. Aber ist nicht auf... Ja gut, drei, weiß ich nicht. Destroy each other, daughters of Janus. Also, ja, das ist nach dem Motto, ja, macht doch, was ihr wollt. Ja, eigentlich schon. Ach, ich mach jetzt drei. Okay. So, sweet sister. Is this how it has to end? I admit, I always knew this night might come. Well, any message you want me to give father? A letter, an apology, a love letter? Oh, why it must come to an end? Ja, komm, das muss jetzt echt aufhören. Ja, give me the boomstick. Grab the boomstick. Ivory princess, give me the boomstick. Yes. Why? How will this time be any different? What? There is no difference until you both lay smoking. Los, smoke. So, sweet sister. Is this how it has to end? I admit, I always knew this night might come. Well, any message you want me to give father? An apology, a love letter? I think schon. Give me the boomstick. Give me the boomstick. How will this time be any different? Okay, we... Boah, entweder sind wir jetzt in der Backschleife oder wir haben es verkackt. Na gut, dann sag einem... White princess or ivory daughter? Äh. Wer ist wer? Ivory ist Jeannette, glaube ich. Und Duck daughter ist Therese. Äh. Ach komm, wir bleiben da bei der Verrückten, oder? Harley, oder? Ja, Harley Quinn. Grab the boomstick, Ivory daughter. So kack egal. Selbe Person. I should turn this on you next, but I won't. Without Jeannettes assistance. What? Tung, you, you're not threat. I'll call off the feud if that will get her out of my city. Eigentlich nicht. Ich hab sie zwei gedrückt. Also grab the boomstick, Ivory daughter. Und Ivory war eigentlich Jeannette. Bin mir relativ sicher. Weiß ich nicht, ob da noch irgendwas anderes Einfluss hat. Tung, hiding out in an abandoned oil tank at the oil gas station. Jetzt haben wir die Herren. So ist es. Ich will Ihnen, dass eine Kondition der Wahrheit ist, dass er dir hilft. Unsere Geschäft ist dann endlich complete. Was du hier hervorstellst, nicht ein Wort zu niemandem. Katsching. I understand. I begin. Komm. Macht, was ihr wollt. Verrücktes Ding. Quest complete. Eieieiei. Was ein Textgeschwafel. Aber wirklich. Irgendwann hatte ich genug. Aber hey, drei Erfahrungspunkte gekriegt. Nice. Das heißt, mit den beiden sind wir jetzt durch, oder? Ich glaub schon. Jetzt kommen wir. Ah, okay. Ach, wir haben jetzt den Wurm befreit. Ja, genau. Und ich weiß auch schon, wo der Wurm ist. Ich auch. Wir wissen alle, wo der Wurm ist. Jeder kennt die Location des Wurms. Kennt auch ihr die Location des Wurms? Dann schreibt es in die Kommentare. Und wir sind raus. Entschuldigung. Wir machen ein kleines Poison für den Fläuschen. Seht gleich wieder da. Und bis dahin. Wir sehen uns. Kuh. Boah.